In den letzten Jahren hat sich unser Verständnis hinsichtlich des Umgangs mit Schmerzen, Agitation und Delir auf der Intensivstation deutlich verbessert. Infolgedessen wurden die internationalen Richtlinien klar evidenzbasiert und deutlich patientenzentrierter gefasst und geben nun klare Empfehlungen für das Best-Practice-Management von Intensivpatienten. Auch wenn die Anwendung dieser Leitlinien auf breiter Front Patienten helfen würden, den Aufenthalt auf der Intensivstation als weniger traumatisch zu erfahren, erweist sich eine konsequente Umsetzung als problematisch. Um dieses Problem anzugehen, veranstalteten Intensivpflegekräfte aus verschiedenen EU-Ländern kürzlich einen Workshop, um Hindernisse für die Anwendung von Richtlinien zu identifizieren und Lösungen für deren Überwindung vorzuschlagen. Das Gremium gelangte zu der Erkenntnis, dass eine unzureichende Ausbildung und eine unzureichende Übersetzung der Leitlinien in die lokalen Sprachen erhebliche Hindernisse für deren Umsetzung darstellen. So gibt es zum Beispiel große Abweichungen bei der Häufigkeit der Erhebung von Schmerz, Agitation und Delir. Obwohl die Leitlinien auf die Notwendigkeit einer regelmäßigen Beurteilung hinweisen, erwies sich die Umsetzung als variabel und sporadisch. Dies hat zur Folge, dass viele Patienten nicht die Interventionen erhalten, die sie benötigen, um optimale Langzeitergebnisse zu erzielen. Die Sedierung ist ein weiterer Bereich, in dem Patienten nach wie vor eine überholte Behandlung erfahren. Heutzutage wird empfohlen, auf eine tiefe Sedierung von Patienten auf Intensivstationen zu verzichten, da eine leichte Sedierung das Überleben verbessern und den Krankenhausaufenthalt verkürzen kann. Ungeachtet dessen berichten neue Studien über verbreitete Unterschiede in der Anwendung von Sedierungsrichtlinien auf regionaler, lokaler und sogar individueller Ebene. Offensichtlich muss mehr getan werden, um die Patientenversorgung zu vereinheitlichen und damit zu verbessern. Um derartige Bemühungen zu unterstützen, empfehlen die Teilnehmer des Workshops die Übersetzung der internationalen Leitlinien in lokale Sprachen, aber auch eine stärkere Betonung des Einsatzes multidisziplinärer Teams, um so zu einem Forum zu gelangen, das dazu beiträgt, die Lücken zwischen den Prioritäten der einzelnen Disziplinen zu schließen. Sie plädieren auch dafür, über das reine Überleben hinaus die Qualität des Überlebens in den Fokus zu rücken. Die Sterblichkeitsrate von Intensivpatienten hat heute den niedrigsten Stand in der Geschichte erreicht. Damit hat medizinisches Personal die Möglichkeit, auf eine Verbesserung der täglichen Versorgung hinzuarbeiten, die sich nachhaltig auf die körperliche Gesundheit und die geistige Funktion der Patienten auswirkt. Diese Empfehlungen stellen einen Fahrplan dar, der es medizinischem Personal in unterschiedlichen Bereichen ermöglicht, die evidenzbasierte Behandlung von Patienten auf Intensivstationen zu verstehen und umzusetzen. Durch eine bessere Ausrichtung an internationalen Richtlinien können sowohl das Überleben als auch die Lebensqualität verbessert werden.